Hallo, ich bin Mamo Gamma, ich bin Spanol, ich bin Spanol, ich bin gut, wie ist das? Ich habe mir eine Zeit, jetzt nochmal drei Videos neu zu machen. Und ja, dementsprechend müsst ihr jetzt einfach damit leben, ich weiß, sehr sehr krass, diese Maßnahme von mir und es tut mir aufrichtig leid, dass ich nicht die Zeit habe, das noch zehnmal zu machen. Ich weiß nicht mal, ob ich die Zeit habe, alles nochmal zu rendern, falls man rendern irgendwer verkackt. Aber dementsprechend, ich stehe leicht unter Zeitdruck tatsächlich, für die, die es noch nicht gerallt haben. Nice, dieser Server ist hart, gut, ja gut, du lagst, dann hole ich mir mal das Bett, das ist mir jetzt ziemlich egal, dass der laggt, auch wenn sich jetzt irgendwer beschweren mag. Alter, Bruder, ey, der ist nicht ernst, auf jeden Fall ist ein scheiß Lag nicht geflogen, oder? Ich glaube es auch, ich glaube es auch, ich glaube es auch. Egal. Äh, Rush Items, bam, 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 bam. Droppen ist ja im Grunde genommen genau das, was man macht. Perfekt, ich droppe die Pick. Alter, Vater, als ob dieser Typ jetzt so hart laggt. Vor allem, er kann, er kann irgendwie manchmal moven und dann wieder nicht, das ist komplett komisch. So, ab zum nächsten Gegner. Und, ja, dann, das Leben auch nicht mehr allzu viele, das heißt, es könnte durchaus sein, dass es eine ganz gute Runde wird. Ähm, muss ich sagen, ich habe schon echt lange nicht mehr auf Narek Space gespielt. Das war früher so, eine Zeit lang war das mein Hauptserver, weil, also es ist irgendwie so, ich bin jemand, Revi war mir schon immer eine Stufe zu schwitzig. Ähm, ähm, okay. Okay, ja gut, das war's dann mit der Runde. Oh, das habe ich noch geschafft. Wow, ich bin sehr stolz auf mich an der Stelle jetzt mal kurz. Ähm, aber so wie ich mich kenne, werde ich mit meiner geballten Kompetenz gleich dumm runterfallen. Wäre zumindest typisch sein Vater. Ähm, so. Und so. Ähm, eigentlich möchte ich noch ultra gerne, at least. Wer hat mich geholt, der schwarze. Eigentlich würde ich den at least super gerne noch ziehen. Einfach aus Prinzip tatsächlich gerade. Ähm, und das kann ich. Please wait, Gelb. Junge, du hast mich ehrenlos abgecampt. Und dann. Perfekt, danke, yo. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ultra bekommen. Kommentiert mir ein Like. Aber jetzt ist es vorhin. Bis dann, ciao.